Ich finde krass, dass sie so schreibt, für die sie sich zu früh freuen. Also, dass sie schon davon ausgeht, dass sich jemand freut, beziehungsweise dass Leute haten. In 15 Jahren ist in Bielefeld niemand rausgekommen bei Halbstrafe. Der hat gesagt, sparen sie sich das Geld. Das habe ich noch nie gesehen. Warte mal, wer draußen ist. Ich so, was? Ja, ich bin raus, hol mich ab. Die Story ist zu krank, die müsst ihr euch mal geben. So, jetzt schauen wir mal, jetzt fangen wir mal ein bisschen hier an mit Mematics. 80 Grad, neue Story. Also, da es jetzt offiziell ist, 6 Jahre und 3 Monate. Für die, die sich zu früh freuen, vergiss nicht, ich bin immer noch hier. Und ich bin auch noch morgen hier. Ebenso in 4 Jahren und genauso in 6 Jahren und 3 Monaten. Mein Mann wird immer meinen Support haben und ich werde auch weiterhin seine Karriere am Laufen halten, so gut ich kann. Ich werde es nicht jedem recht machen können, aber ich werde mein Bestes geben, versprochen. Möge kommen, wer will, was will. Und so oft es will, ich stehe zu dir. Gut. Okay. Hart. 6 Jahre und Alter. Das ist krass. 6 Jahre und 3 Monate. Ich finde krass, dass sie so schreibt, für die sie sich zu früh freuen, also wer freut sich denn da, also weißt du, dass sie schon davon ausgeht, dass sich jemand freut, beziehungsweise dass Leute haten oder sich freuen halt. Keine Ahnung, also man kann ihn ja mögen oder nicht mögen oder die Musik nicht mögen, aber ich weiß nicht so schadenfroh sein, dass er 6 Jahre bekommen hat. Ähm, plus 240k Strafe, real? Wow. Ja, echt hart. Ja, heavy. Na ja, klar, weil, also klar, diese Selbstschuld, äh, Argumentation braucht ihr jetzt nicht zu schreiben, mir ist das ja klar. Ja, natürlich ist das selber schuld, wer soll denn sonst schuld sein? Das ist ja klar, aber man kann ja trotzdem Mitgefühl haben für jemanden, der 6 Jahre reingeht, klar. Ja, also, man muss ja nicht das, was er gemacht hat, irgendwie gut heißen, heiße ich auf jeden Fall nicht gut, ist ja eh nicht mein, ist ja eh nicht meins, mein Ding. Aber man muss jetzt auch nichts zu tun, als hätte der irgendwas super Unmenschliches gemacht, der Gras verkauft und Gras angebaut. Ich weiß leider nicht, das wüsste ich gerne, ob der, ob dieser Grasanbau zu Hause, ob das irgendwie, wie viel das gibt, ob das irgendwie der Großteil der Geschichte ist. Aber ja, ja, muss man natürlich mit den Konsequenzen schätzen, äh, klarkommen, mit den Konsequenzen hat Rechte, meine ich, Entschuldigung, wenn man sowas macht, wird der wahrscheinlich auch mit gerechnet haben irgendwo, ne? Er hat ja auch gehangen mit ein paar Leuten, die, also er hat ja mindestens mit jemandem gehangen, der, mit mindestens einem gehangen haben, der auf jeden Fall auch, sich, sagen wir mal, untergrundmäßig auskennt, aber vielleicht auch wahrscheinlich mehr Leute. Ich meine, gut, äh, gehört zum Spiel dazu, ja, er weiß Bescheid. Ich kann nur hoffen, dass er, ey, Mann, was kann man sagen? Ich weiß es nicht, ob da den, ob die, ob das zu lange ist, um das die Karriere noch halten kann, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Es bleibt ja wahrscheinlich sowieso nicht bei 6 Jahre Knast. Ich glaube, das ist sein erstes großes Ding. Ich glaube auch nicht, dass er vorher gesessen hat, ich weiß es nicht. Ich werde mal in den nächsten Tagen ein bisschen rumtelefonieren, dann werde ich es euch vielleicht sagen können. Aber, also er wird, also guck mal, frühestens maximal, also absolute maximal muss er, ne, entschuldige, nicht maximal. Der muss absolut, äh, 6 Jahre, 3 Monate, also er muss auf jeden Fall, absolutes Minimum wäre Halbstrafe. Die Hälfte muss man auf jeden Fall sitzen, dann mit sehr, 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 sehr viel Glück, kann man vielleicht auch mit guter Führung und alles, kann man die Halbstrafe kriegen. Das kriegen aber, muss ich sagen, sehr, 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 sehr selten Leute, das muss euch klar sein. Da muss schon etwas passieren. Äh, ich erzähle euch gleich von Halbstrafe, von Sinan seine Halbstrafe. Und, äh, ja, und dann halt, also zwei Drittel, zwei Drittel kann er dann schon kriegen. Natürlich gute Führung, gute Absichten und am besten vorher nicht verbucht worden sein. Und am besten vorher nicht für dasselbe auch. Wenn er jetzt vorher zwei Jahre hatte, wegen der Schlägerei, ist immer noch was anderes. Aber trotzdem. Ja, Mac, an alle, die an Halbstrafe nicht glauben. Es gibt jemanden, den ihr sehr, sehr gut kennt, der hat Halbstrafe bekommen, nachdem er zum zweiten Mal im Knast war. Guck mal, ich hab den Anwalt von Sinan angerufen. Nein, Sinan. Sinan saß in, ähm, Bielefeld. Ich hab diese Netflix-Rolle geklärt. Dann haben die gesagt, der soll kommen, zum Probedings. Dann hab ich einen seiner Ausgangstage, oder Sinan hat einen seiner Ausgangstage benutzt, um zum, äh, Casting zu gehen. Oder zwei Tage hat er benommen. Die wussten nicht, dass er im Knast ist. Wir haben gesagt, erstmal gucken wir erstmal, ob das Casting gut läuft. Als es dann gut lief, dann haben die gesagt, die würden den gerne nehmen, für Dogs. Dann hab ich mir gedacht, okay, was sag ich denen, dass er aber noch im Knast ist. Also, jetzt pass auf. Das Ding ist, ich hab dann den Anwalt von Sinan angerufen und hab gesagt, wie sieht's aus mit der Halbstrafe. Dann haben die, dann hat der gesagt, und ich schwör euch bei alles. Der Sinan hat das ja schon bestimmt selber 18 Mal, äh, erzählt schon auf Twitch. Der hat gesagt, sparen sie sich das Geld. Das hab ich noch nie gesehen. Bei Gott, das hat er gesagt, ne. Dann hab ich gesagt, was kostet das denn? Da meinte er so irgendwas, 950, also irgendwas, ich glaube, rund, round about 1000 Euro kostete das. Dass er sich das, dass er einen Brief schreibt und versucht, Halbstrafe zu kriegen. Das wären die Kosten gewesen. Es hat natürlich viel Geld gewesen für mich. Zur damaligen Zeit war es Monstergeld. Einfach im Sinne auch von, er sagt schon zu mir, 1 zu 100.000. Ich glaube, der Sinan weiß noch die genaue Zahl, weil wir darüber geredet hatten damals, er kennt sich ja eh besser aus. Aber ich glaube, die haben gesagt, in 15 Jahren ist in Bielefeld niemand rausgekommen bei Halbstrafe. 15 Jahre haben die gesagt, ne. Deswegen war 1000 Euro wirklich viel Geld für mich, ne. Aber auf der Seite war Netflix und wir hatten eine Chance von 1 zu 100.000. Keine Ahnung, 1 zu... Er hat gesagt, ey, wir können es probieren, ich kann es gerne machen, aber ich sage Ihnen jetzt schon, ich glaube nicht an den Erfolg. Also, hat er so gesagt, das habe ich noch nie gesehen, sagt er. Ich habe gesagt, scheiß drauf. Was sind 1000 Euro für die Chance, dass er rauskommen kann, ne. Okay. Hat er gemacht. Ich mache es jetzt mal kurz, es gibt einen langen Talk von Sinan darüber, wie das alles lang gelaufen ist. Letztendlich war das so, dass der Richter sich gemeldet hat und gesagt hat, er will mit Sinan persönlich reden, bevor er das gibt. Und da wussten wir schon, sieht sehr gut aus, weil wann macht der Richter das? Normalerweise schmettert er das ab. Normalerweise liest er das nicht mal. Dann hat der Richter dem Sinan persönlich getroffen. Das war auch voll der Film. Das war voll der Film. Dann hat er ihm gesagt, also ich mache es mir jetzt mal kurz, hat mit ihm geredet und ihm gesagt, ob der vorhat, wie er vorhat, sein Leben zu führen und wie das wird. Und Sinan hat gesagt, hör mal zu, schon, dass ich jetzt hier drin bin, ist eine Vergangenheitssache und das stimmte. Das war eine Vergangenheitssache, die ihn so eingeholt hat. Mein Leben hatte sich schon verändert. Und da konnte er glaubhaft erklären und sich erklären und mit der Netflix und Schauspielerei und überhaupt Rappen und Musik und bla und bla. Der Richter hat dann ihm die Hand gegeben und gesagt, ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft. Und damit war klar, er gibt ihm das. Sinan geht zurück nach Bielefeld in den Knast rein und sagt, und das war am Samstag, er ist dann am Samstag reingekommen, wieder, hat seine Sachen gepackt und wollte raus. Und die haben ihn nicht rausgelassen, weil die gesagt haben, die glauben ihm das nicht. Ich erinnere mich nicht mehr, ob sogar ein Brief kam. Ja, auf jeden Fall musste der Sinan bis Montag noch drin bleiben, weil die ihm nicht geglaubt haben, dass der Richter ihn entlassen hat, sozusagen. Dann haben die, glaube ich, wie war das nochmal, ich weiß nicht genau, Montag früh, sieben Uhr morgens, hat der Sinan schon eine Welle gemacht da. Um acht Uhr schon haben die den Richter angerufen und gefragt. Und der Richter hat dann den Staatsanwalt angerufen und gesagt, hören Sie mal zu, ich habe dem jungen Mann mein Wort gegeben oder meine Hand gegeben. Wie kommen Sie da drauf, den nicht rauszulassen? Ich glaube nämlich, das war so, dass der Staatsanwalt, es gab noch einen Staatsanwalt, der noch versucht hat, das zu torpedieren. Ja, nee, Entschädigungsfilme haben wir nicht gemacht für ein, zwei Tage da, weil, ey, ganz ehrlich, ich war froh, dass der raus war. Ich weiß noch ganz genau, ich war in Köln, ich war, ich schwöre bei Gott, ich war in Köln, ich hatte ein Meeting wegen irgendwas, irgendeiner Fernsehsendersache. Ich war auf der Kreuzung zu Dingsplatz, Rudolfplatz. Ich schwöre bei Gott. Der hat mich, ich gucke auf Handy, die Nummer, die Nummer, ihr wisst schon. Ich so, hä, was geht? Ich bin so auf der Stelle, ich so, was geht? Warte mal, wer draußen ist! Ich so, was? Ja, ich bin raus, hol mich ab. Ja, unglaubliche Story. Die Story ist wirklich krank, die musst du einmal erzählen. Die Story war wirklich anders krank. Die Story war krass. Und danach hatte ich wirklich jeden Tag Angst, dass der irgendwie erkannt wird in der Bahn, im Flugzeug, auf dem Weg nach Berlin zum Dings und dann irgendwas passiert. Irgendeiner will ihn testen, irgendeiner will cool sein. Und halt, dass er dann wegen Gewährungsauflagen direkt wieder reingeht. Deswegen war ich fast immer dabei. Bei jedem Set war ich dabei. Bei minus 30 Grad war ich dabei. Es war wirklich, es war wirklich sehr kalt, Leute. Ich mache keinen Spaß. Was gerade kälte draußen ist, ist gar nichts dagegen. Wir waren im Olympiastadion, haben wir gedreht für Dogs. Es war absolut kalt. Und bis Sinan sich akklimatisiert hat mit draußen und mit den Leuten auch klargekommen ist wieder und ich auch meine Ruhe hatte, das hat echt gedauert. Aber, also Thema Halbstrafe. Und Sinan hatte ja schon vorher in Siegburg gesessen, drei Jahre, als er so ganz, ganz, ganz früher, ihr wisst doch, die ersten Free Sinan-G-Filme. Und eigentlich war Knast auch schon für ihn gegessen. Also Kriminalität, Knast, alles war schon gegessen. Diese Bielefeld hat ihn nur noch eingeholt. Und das war ein, ich habe keine, das war, ich denke mal eine Verkettung von Unglücklichen, ja, er ist selber schuld. Aber bis genau Pech und Unglück und hier und da mal schlechte Entscheidungen getroffen, gegen Bewährungsauflagen verstoßen. Dann, weiß ich nicht, wer da bekommen hat, zwei Jahre, zehn Monate oder sowas, ich weiß auch nicht. Okay, auf jeden Fall, ja, letzten Endes, letzten Endes, diese Halbstrafe-Sache ist nicht unmöglich. Und Sinan hatte wirklich einen Staatsanwalt, der wirklich komplett gegen ihn war. Wisst ihr was krass ist? Der meinte zu seiner Bewährungshelferin im Knast, meinte der, ey, ich habe eine kranke Rolle in Netflix und so. Und dann meinten die, wie ist das denn, wie ist der Job? Dann meinte der so, ich habe irgendwie 17 Drehtage oder irgendwie sowas wird er gesagt haben. Dann hat die nämlich zu dem gesagt, aber damit kann man sich doch nichts im Leben aufbauen, das ist doch auch nicht gut. Dann sagt der Sinan, wie meinen Sie das? Ja, aber so eine Schichtarbeit, da gehen Sie jetzt da 17 Mal hin. Dann meinte der Sinan, der erstmal erklärt, der erklärt, was Netflix ist. Die hat gedacht, er redet von so einem Job. Er so, ey, ich werde fucking Filmstar oder sowas vielleicht. das war ganz krank, dass sie das einfach nicht verstanden hat der Sina hatte übertrieben in der ganzen Situation auch übertriebenes Glück weil seine Bewegungshelferin mit der er gut konnte die war krank, die war nicht da da war so ein Ersatz da und die hatte gar keinen Bock irgendwas zu entscheiden die hat immer zu dem gesagt ja, das kann ich nicht entscheiden irgendwann guckt er aus seiner Zelle dann läuft die dann ruft er dir Frau so und so ich muss mit ihnen reden die Story ist zu krank, die müsst ihr euch mal geben er muss die eigentlich mal erzählen die Story ist viel wilder als Dogs of Berlin die Story von daher ich weiß es nicht gerade soll man Sinan's Anhold anrufen hier die Story ich meine kennt ihr das nicht hier das hier kennt ihr das Dogs of Berlin Talks Sinan von der Straße zu Netflix bis wir eine Wahl haben wie viel unseres Schicksals haben wir eigentlich in der Hand halbe Millionen Klicks Alter, krass darauf müsste der Sinan mal reacten hat der darauf schon mal reacted? nicht vorher bestimmt zu 100% diese Frage ist nicht das ist Christian Albert der Regisseur mit Ja der auch das Drehbuch geschrieben hat oder Nein zu beantworten ja wofür haben wir ein Gehirn weil du ein freidenkender Mensch bist du entscheidest ich bin Sinan ich komme aus Essen ich bin Rapper ich bin Actor boah, wollte ich nicht mal sagen ich bin Actor dass ich gut ausseh weißt du ja mittlerweile also ich bin in Essen großgeboren im Nordviertel kennst du ist jetzt nicht das typische Ghetto so aber wo viel Licht ist fällt viel Schatten meine Familie ist aus dem Iran geflohen vor dem Krieg mein Vater war dann für längere Zeit weg Mama war überfordert drei Söhne wir können kein Deutsch Geld war knapp meine Mutter hat sich sehr viel Mühe gegeben trotz Dissen und der kleine verzogene Bengel hat das nicht guck mal ganz kurz hier es kann groß werden gib mir doch die Chance das zu machen wollten die nicht da war voll der Kampf und die Soße hat dann immer so ganz dreist angerufen ey, war das mit vorzeitiger Entlassung wir wollen drehen und so und der Knast, hör mal wir sind nicht auf der Jugendherberge der sitzt in Haft hier was, verlass den raus und der hat so oft im Knast angerufen dass die Beamten mich schon ins Büro geholt haben und sag mal zu wenn diese Frau noch einmal anruft gehst du im Bunker sag ich diese Frau soll nicht mal anrufen du gehst du in den Bunker ja das war krass die boah wie hieß die nochmal äh den Namen vergessen der sagt das bestimmt gleich die war auch äh echt voll die voll die Löwenmama da war die Casterin die hat sich das ey die hat sich den Sinan auch voll zur Aufgabe gemacht die hat da jeden Tag im Knast angerufen jeden Tag ja wann kann er denn raus und so die haben echt gesagt wenn die noch einmal ja angerufen gehst du in den Bunker da hab ich gedacht weiß ich doch nicht wenn ich alles anrufe da hab ich doch keine Ahnung vor allem soll keine Ahnung vor allen Dingen weil du ja auch noch Geld verdienst damit da hieß es ja auch ey wenn du im Gefängnis bist gehörst du dem Staat da musste ich mir sagen ja die geben mir kein Geld was ist jetzt eure Ausrede ja du bist nicht versichert ich bin in meinen Zelle gegangen hab ich AOK angerufen einmal Privatversicherung wie viel ist das dann kam die mir an ja aber guck mal ja ja ey diese ganzen Probleme hab ich ganz vergessen ich mein wir haben das alles gedeichselt aber das fing alles an mit du darfst kein Geld verdienen ja okay das Geld nehme ich nicht das wer versichert dich du bist nicht versichert wenn man im Knast ist ist man nicht versichert ja okay privat also Leute ich sag euch ne eine Familie haben und Geld haben das sind zwei sehr große Faktoren im Leben du bist weit weg von Berlin du hast keinen Wohnsitz ich so Wohnsitz kein Thema ich rufe Handy Suse an Suse ich brauche Wohnsitz die geben mir Stimmt Suse hieß die Hoteladresse ich sag jetzt hab ich Wohnung jetzt hab ich Versicherung und ich werde nicht bezahlt ja dann hieß es ja aber dann haben sie keine Urlaubstage wir wissen ja auch nicht ob sie aus dem Gefängnis kommen weil der Dezember der war mein vorzeitiger Entlassungstermin und da stand nicht fest ob ich den überhaupt kriege somit hab ich den den Christian ein bisschen angeflunkert und hab alles auf eine ein bisschen angeflunkert man muss sagen hier das ist auf dem Netflix Kanal ne der Sina redet hier schon sehr sehr nett der muss eigentlich mal darauf reagieren weil die Wahrheit ist das nicht also es ist nicht es ist so wir haben den Christian angelogen straight up angeflunkert man wir haben dem gesagt wir haben den wir haben einfach gehofft ich es ihm aber nicht gesagt weil ich hab gedacht wenn ich es ihm sage kriegen wir die Chance nicht darf ich das überhaupt erzählen dass ich den angelogen hab Christian es tut mir voll leid ich schwöre dir aber wir sind ein Team du weißt und da hab ich einfach gesagt ja ey Dicker Dezember normal komm ich raus kein Problem ich hab in einer Woche 8 Kilo ab verloren am Körpergewicht weil der Stress so krass war ich musste zur Psychologin im Gefängnis laufen ich musste ihr klar machen was Sache ist da musste ich zum Sozialarbeiter der hat das nicht befürwortet da musste ich zur Anstaltsleiterin dann musste ich meinen Chef überreden dass er mir 2 Wochen freigibt was hab ich gemacht ich hab meinen Chef ganz ins Gesicht gesagt hör dir mal zu das ist voll die große Sache für mich ich brauch einfach nur 2 Wochen frei ich will nicht rausgehen wegen irgendwelchen Spinnereien ich hab hier eine Zukunft eine Perspektive die mir geboten wird die ich jetzt nutzen muss und der Beamte war top der war super und er gesagt weißt du was warum soll ich dir das verwehren mach Urlaub sprich das mit deinem Partner ab der hier auch arbeitet auch ein anderer Häftling ich hab mit ihm gesprochen ey so Brudi liest das du weißt Bescheid ja gut also eigentlich muss ich dann mal darauf reagieren jetzt soll ich euch mal reinziehen das Ding die Geschichte die er erzählt ist echt ein Film wert so